Guten Abend, hier ist der euer Käpt'n Mario Rutishäuser. Wir haben noch ein kleines technisches Problem bevor, dass wir zur starken Position fahren können. Wir haben noch eine Platte auf der linken Seite. Aber in ein paar Minuten geht es los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben noch ein kleines technisches Problem. Wir werden in ein paar Minuten fahren. Danke. Wir haben noch ein kleines technisches Problem. Wir sind in der Mitte der Mitte. 4. 4. 5. 10. 11. 14. 16. 17. 17. 18. 18. Und hat gedacht mal, so einen Tag, so einen Tag ist ein bisschen zu verreisen, an so einem Tag bleibt man zuhause. Genau das hat sie gemacht, sie hat das Ticket gelöst, hat nochmal mit dem Buschauffeur in seine blauen Augen reingeschaut und ist auf ihrem Platz gesessen. So ein Tag, so einen Tag, so einen Tag, so einen Tag. So ein Tag, so einen Tag, so einen Tag, so einen Tag. So ein Tag, so einen 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 Tag Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020